Musik Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Episode Ego hier direkt nach dem Meteoriteneinschlag. Mann, 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 was war das für eine Aufregung in der letzten Folge. Aber hallo, Freunde, aber hallo. Hallo, hallo. Aber wirklich, ja, jetzt ist leider wieder Nacht. Wir kennen es ja nicht anders. Unsere Aufnahmen beginnen leider immer im Dunkeln. Und ich stehe extra schon bei der Fackel in der Hand, weil wir haben nichts anderes mehr. Das stimmt. Wir haben keine Laternen mehr, wir haben keine Wandlampen. Und es kam ja von euch auch die Frage, wie denn eigentlich der Bunker jetzt aussieht. Die haben wir uns übrigens nach der letzten Folge direkt auch schon selber gestellt, die Frage. Ja, das stimmt. Das haben wir auch uns gefragt. Wir hatten gar nicht mehr dran gedacht. Und wir gehen mal kurz runter, würde ich sagen. Ja, komm. Und auch völlig folgen. Ihr seht schon, hier sind auch die ganzen Rampen alle zerstört und Sonstiges. Alles kaputt. Und dann gehen wir mal gucken, was im Bunker los ist, ne? Hallo, Bunker. Bunker, Bunker. Boah, die ganzen Dinger weg. Aber wenigstens ist die Form noch da. Das ist ja eigentlich ganz geil. Ja, das Gute ist, ich hatte ja schon genügend Rampen noch in der Tasche. Also ich habe noch 70 Rampen. Ach, geil. Ja, okay. Ja, die Tür ist schon mal weg und das Schild ist weg. Nicht nur das. Oh Gott. Ja, okay. Man sieht's. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ja. Es ist alles leergefegt. Der Stockpile ist weg, die Truhen sind weg, das Bett, das andere Bett. Allerstoffe sind weg, alle Pflanzen und Samen sind weg, alles ist futsch, alle Werkzeuge kaputt gepenkt. Wir haben alles umsonst hier runtergesteppt. Das ist richtig schade. Das Blöde an der ganzen Sache ist, wir hätten das Ding auch zumauern können, es hätte keinen Unterschied gemacht. Denn ich habe nämlich schon mal bei dem Stockpile geguckt, wo unsere Tailings drin lagen, unser Sondermülldeponie, da ist auch alles komplett weg. Unser ganzer Müll ist auch weg. Der wurde auch mit drin wegrationalisiert. Also wie gesagt, alles, was hier irgendwie existiert in der Welt, ist weg. Alle Stockpiles, egal wo die sich befinden, wie gesagt, das war ja unterirdisch, auch mit Türen und sowas. Wie gesagt, wir hätten das Ding auch zumauern können, es hätte keinen Unterschied gemacht. Alles. Es wird wahrscheinlich dann gecheckt beim Meteoriteneinschlag, okay, hier Werkbank, sonstiges hast du nicht gesehen und wenn ja, dann einfach kaputt. Ja, ich glaube auch. Aber hier ist halt auch alles weg. Ja, hier können wir mal kurz runtergehen. Wir haben zumindest eine Werkbank retten können und Anni hat auf jeden Fall noch den Bagger in der Tasche. Ja, na hallo, ne? Mein Freund, der Bagger, ja, hier. Das war, glaube ich, noch in weißer Verrosicht, dass Anni noch den Bagger in den Rucksack gepackt hat. Ich habe den zufällig noch gefunden, ich habe nicht mehr daran gedacht. Aber dann können wir das ja hier für irgendwas anderes verarbeiten. Oh, warte mal, was liegt denn hier? Da liegt ein einzelner Stein. Na, das ist ja großartig. Ja, aber hier ist auch alles weg. Mann, na gut, wenigstens ist der Giftmüll weg. Ja, das Schlimme ist, wir werden auf jeden Fall wieder Giftmüll brauchen oder, ja, generieren. Denn wir müssen natürlich erst mal wieder zum Blast-Hörnis kommen, ne? Aber hätte man das gewusst, hätte ich mir vorher, glaube ich, statt dem Essen noch irgendwie noch Rohstoff in die Tasche gepackt oder irgendwas. Ja, wir sind echt davon ausgegangen, dass es einfach erhalten bleibt, ne? Oh, hallo, Wölfchen. Aber, was ich sagen muss, was ich ganz gut finde von der Tierwelt ist so gut wie nichts verschwunden. Also, ich glaube, da ist generell gar nichts ausgerottet worden. Also, irgendwie haben wir noch genug Tiere von allen Sorten übrig. Ich glaube, von den Pflanzen ist nur die rote Beete, da ist nichts mehr da. Also, es ist nichts in der Welt und Pflanzensamen sind natürlich alle weg. Wie soll es auch anders sein? Ansonsten natürlich die Krater, die werden wir auffüllen. Also, wir werden auf jeden Fall hier das Ganze versuchen zu reparieren. Ich meine, das ist jetzt, sieht wirklich schlimm aus, muss man sagen. Aber, es ist nicht irreparabel. Und, ich muss sagen, ich freue mich auch drauf. Ja, ich freue mich auch total drauf, das hier irgendwie zu kitten und dann halt so ein bisschen, naja, zu improvisieren wahrscheinlich auch erst mal am Anfang. Ich meine, gut, das sind teilweise echt heftige Krater entstanden, ne? Da muss man halt gucken, vielleicht können wir da mit Brücken arbeiten. Ja, oder wir machen da eine Steindecke drüber und kippen Erde drauf. Ja, und kippen Erde drauf. Wir haben jetzt auch noch so genug Erde und so Krempel. Du kannst aber gerne schon mal anfangen, den Weizen zu ernten. Ja, wir müssen jetzt wieder echt von vorne anfangen. Wir haben, ach man, wir haben ja gar keine Mill mehr und wir haben gar nichts mehr. Nee, es ist alles weg. Es ist alles Futschi Kato. Wie gesagt, wir fangen ja bei null an. Ich habe wenigstens noch Werkzeug in der Tasche. Immerhin. Und ich habe, Wahnsinn, ach nee, die Steine, wo habe ich denn die vorhin abgebaut? Na, die Steine hast du unten aus der Dings, aus dem Sondermüll. Ach so, stimmt, ja. Das habe ich ja nicht wieder zugemacht. Ähm, ja, gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir müssen mal gucken, was wir als Außenposten erstmal nehmen, wo wir dann so ein bisschen Zeug lagern. Ich weiß nicht, ob wir da dein Haus nehmen wollen oder sonstiges. Ja, das wäre ganz gut. Den Schutt wegzuräumen. Ja, lassen wir uns mal mein Haus nehmen. Das sieht ja noch ganz gut aus. Ah, ich habe gar keinen Platz im Inventar. Oh, wir brauchen Kisten. Ja, Kisten habe ich schon vor das Computerzentrum gestellt. Gut, dann komme ich mal kurz zurück. Also vor das ehemalige. Oh je, ja, aber es wird auf jeden Fall richtig cool, glaube ich. Also es ist zwar heftig gewesen vom Einstieg her und wie das alles dargestellt wurde und überhaupt, ja, Terraforming mal anders, ne? Das ist auf jeden Fall richtig heftig, aber wir haben wenigstens noch einige Werkzeuge. Ja, aber hätte man das gewusst, hätte man, glaube ich, vorher noch einiges, ja, vielleicht repariert oder sonstiges, wäre, glaube ich, eher schlecht gewesen. Aber man wusste es ja nicht. Man wollte sich überraschen, ich muss sagen, es hat mir mega gut gefallen. Absolut. Es war echt eine geile Show und richtig, richtig cool. Also Wahnsinn, da haben sie richtig gut umgesetzt und da merkt man wirklich auch mal den Einfluss eines, ja, solchen Himmelskörpers, sage ich mal, auf die Erde oder auf diesen Planeten hier, da hat das mal richtig, richtig scheppert, ne? Also von daher, ich fand das mega geil. Ja, mir hat es auch richtig, richtig Laune gemacht. Ich habe hier noch, ach, den Erlaubniszettel für den Woodcard, ne? Den kann ich jetzt ja nicht mehr gebrauchen. Naja. Ist ja schön. Toll, ja. Der Wagen existiert nicht mehr, das habe ich jetzt für, äh, Anis Bayer war, was? Anis Bayer war irgendwas anderes. Das ist dein Haus, also dein, alles, was du geclaimt hast. Ach so, mein normales geclaimtes Haus, stimmt, das vergesse ich jedes Mal aufs Neue. Okay. Ja, dann gehe ich jetzt Weizen holen und, äh, ja, es ist ein bisschen schade, dass die rote Beete weg ist, denn aus der roten Beete konnte man ja Zucker gewinnen. Und, äh, ja, da ist natürlich jetzt eine Quelle weg. Ja gut, aber es gibt ja auch andere Quellen für Zucker. Ja, ja, klar, klar, das gibt's, das war ja nur, wie gesagt, eine der Hauptquellen, wir hatten halt so viel. Und wir fragen uns noch immer, ist der Wasserspiegel gestiegen oder sind hier einfach nur viele Krater? Ne, der ist tatsächlich nicht gestiegen. Ah, der ist nicht gestiegen, okay. Oh Mann. Aber so viele verschiedene Seen jetzt hier, sieht halt einfach mal anders aus. Mhm. Boah, wir werden uns auf jeden Fall richtig Mühe geben, um hier alles wieder in Stand zu kriegen. Also es wird natürlich dann nicht super ökologisch sein, wenn wir versuchen, die Krater wieder zu beheben. Das machen wir einfach, äh, in hochmoderner Technik machen wir dann irgendwie so eine schöne Betondecke hin und dann ein bisschen Erde drauf, einfach damit das wieder hübsch aussieht, ne, von daher soll das nicht weiter das Problem sein, aber es geht halt anders. Also irgendwoher muss das ganze Material nehmen und so viel Erde haben wir dann doch nicht, ne, also es ist schon, es ist schon sehr viel kaputt gegangen, aber wie gesagt, es soll ja auch wirklich ein Ereignis sein, was auch die Welt richtig prägt, damit man auch überhaupt sich bemüht, mal die Laser zu bauen, ne, also von daher, sonst hättest du ja gar keine Herausforderung, sonst hättest du ja gar keinen Druck und nichts, ne, also das will man ja auch vermeiden und von daher ist das schon echt extrem gut umgesetzt. Da merkt man wirklich mal den Einfluss eines Meteoriten. Mhm, ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, was cool ist? Was denn? Unser kleiner Shop hier unten, der hat es überlebt. Ernsthaft? Der Kiosk lebt? Also bis auf, dass die Türen fehlen und der Shop drin, aber ansonsten das Häuschen ist noch intakt. Das ist aber richtig cool, das ist ein Zeichen, dass die Feriensiedlung unbedingt gebaut werden muss. Ja, das Problem ist, ich muss gerade erstmal ein paar Sachen zweckentfremden hier. Ja, ach, mach einfach. Das, was da ist, jetzt noch irgendwie an verbauten Rohstoffen, schnapp es dir. Es wird ja wieder schön werden. Ja, Nahrung könnte am Anfang ein bisschen problematisch werden, also da haben wir jetzt aktuell nicht so viel am Start. Ja, jedenfalls nicht die hochwertigen Sachen. Ja, generell haben wir nicht viel zu essen gerade aktuell. Haben wir überhaupt noch irgendwas, wo ich Essen herstellen kann? Ein Lagerfeuer? Ein Lagerfeuer kann es an der Werkbank bauen, vor dem Computerzentrum. Dann muss ich mal, oh Gott, wir fangen wieder mit dem Lagerfeuer an. Ist das nicht schön, liebe Leute? Ist das nicht schön? Wir haben noch ein paar Buletten, glaube ich. Ja, wir haben extra noch die Taschen vollgekommen mit Buletten. Ja, wenigstens das, ne? Die guten Frikadellen von Mama, die sind immer gut unterwegs, schön in der Tupperdose. Die müssen immer dabei sein. Oh Mann. Siehst du, worauf ich jetzt noch gespannt bin, ob die Sachen jetzt immer noch so gut gedeihen. Oder ob sich hier halt dann quasi... Also ich habe beim Weizen geguckt, es scheinen noch die optimalen Bedingungen zu haben, das Zeug. Tatsächlich, 100% Match. Es ist nur very overcrowded, aber das ist okay. Okay. Ja, cool. Ja, ich bin tatsächlich erstaunt. Also entweder ist das ein Bug, dass also als der Survey crasht ist, dass der Himmel so aussah und danach nicht mehr, weil eigentlich hätte ich erwartet, dass es wirklich noch ein bisschen dramatischer aussieht jetzt die ganze Zeit. Ja, das wissen wir halt nicht. Und irgendwie bin ich auch davon ausgegangen, dass vielleicht die Temperaturen sich ändern durch die Aschewolke oder sonstiges in der Luft. Aber da ist irgendwie gar nichts passiert, habe ich so einen Eindruck. Also wenn ihr da eine Idee habt, ob das jetzt hier alles mit rechten Dingen zugeht, dann sagt mal Bescheid. Ja, gut, ich meine den Servercrash, den konnten wir uns halt nicht aussuchen. Da kann man nichts machen. Was brauche ich denn? Zwei Steine und ein Lok. Dann muss ich jetzt mal den ersten Baum fällen. Na, Loks liegen auch schon bei der Neckbank. Ach, ich dachte, das wären diese Hewing-Loks, aber... Nee, nee, ich habe vorhin schon mal einen Baum gefällt. Okay. Na, kurz nach mal ein Locken. Dann noch ein Steinchen. Das kann ich ja hier rauskloppen. Ist das eigentlich ein normaler Stein hier jetzt bei einem Krater? Na, das ist Erde, glaube ich. Sieht halt so anders aus. Deswegen muss ich das mal ausprobieren. Stimmt, das ist Erde. Ich setze es wieder rein, dann ist es auch wieder Normalfarben. Ja, das ist halt Asche, ne? Gute Asche. Oh, hallo, Fuchs. Und vor allem haben wir gestern natürlich noch schön im... Beziehungsweise vorgestern für euch im Stream noch schön die ganzen Rohstoffe runtergekarrt, weißt du, und die ganzen Pflanzensamen. Ich war nach Eicheln sammeln, damit wir hier dann auch ganz viele Bäume bauen können, falls die eingehen. Aber ich muss sagen, es ist halt relativ robust. Hier fehlen natürlich einige Bäume, logischerweise. Aber trotzdem, glaube ich, an normalen Pflanzenrohstoffen, bis auf die Rote Beete, ist, glaube ich, nichts kritisch. Ich glaube, es ist alles okay. Ja, da ist nichts kritisch. Das ist schon mal ganz gut. So, Steinchen. Erstmal wieder einen Weg nach oben suchen hier. Ich bin gerade in den Krater gesprungen. Das ist schön. Aber dann kommt der hoch. Es ist genug Erde da. Ja, am Anfang wirst du natürlich das Problem haben, wie immer, dass du hier alles von Hand transportieren musst, weil wir haben keine Schubkarren, nichts und Sonstiges. Ja, nichts. Das ist halt ein Problem. Ich weiß gar nicht, ob man die erste schon bauen können, ein Ding soll, ob wir da den Carpenters Table schon für brauchen. Ich schaue mal kurz. Ich glaube aber schon, dass wir den Carpenters Table brauchen. Aber den könnte ich auch schon bauen. Ja, dann baue den doch mal. Ja, ich gucke noch mal kurz. Stocktile, Stone Eggs, Truhen. Ja, also ich denke mal, der muss da dran. Ach nee, doch, der geht einfach so, der Smallwood Card. Da brauchen wir, ach, warte mal, Boards. Und Boards sind dann am Carpentry Table. Okay, dann bauen wir jetzt den Carpentry Table. Das ist ja auch überschaubar. Vier Loks, ein paar Steine. Ja, ich glaube, das Reparieren ist gar nicht so schlimm, weil die Skills und so was, die wir halt benötigen für die ganzen einzelnen, ja, Crafting-Tische, die haben wir ja alle schon. Also das ist nicht das Problem. Das war ja nur seinerzeit, als wir angefangen haben, das Problem, dass wir halt entsprechend die Skills noch nicht hatten. Von daher sollte das eigentlich passen, theoretisch. Ich muss mich jetzt hier erst mal wieder orientieren. Sieht so ein bisschen anders aus, seit hier alles so weggesprengt ist. Hoi, hoi, hoi. Aber das Schöne ist, wir haben immer noch unsere Mine. Da kann man Steine schlagen gehen. Ja. Auch wenn das ja aussieht wie gesprengt. Aber ich finde es halt wirklich interessant, dass komplett alles ausradiert wurde, was an irgendwelchen Gegenständen rumstand. Alles, was wir an Einrichtungsgegenständen hatten, ist komplett weg. Also so richtig komplett weg. Ja. Also inklusive Giftmülldeponie. Und das gute Zeug aus der Biotonne. Und überhaupt. So. Ich hätte wirklich gedacht, dass ein bisschen was übrig bleibt an Items, ne? Ja, hätte ich auch gedacht. Aber ich glaube, das ist halt durch die Druckwelle, dass alles komplett rausgelöscht wurde. Mhm. Zerstört wurde. Ja. Das glaube ich, dass es der Fall ist. Okay, die beiden Sachen sind fertig. Der Carpentry Table, der muss wahrscheinlich in einem Haus wieder gebaut werden. Ja, da können wir ja dein Haus nehmen. Ja, dann nehmen wir das jetzt als neue Bude. Und die Küche könnte ich ja da dann auch aufbauen. Ja, wir nehmen das erst mal als Grundlage. Ja. Das ist schön. Schön mit dem Badesee. Müssen wir eine Leiter runterbauen. Na, ich habe ja schon angefangen, da ein bisschen zuzumachen. Ui, ui, ui. Äh. So. Sprung in die Hütte. Fensterscheiben braucht eh keiner. Ja, also ich muss sagen, dein Haus, da fehlt zwar eine Ecke, aber ist im Vergleich zu meinem Haus noch relativ überschaubar. Welches Haus von dir? Ja, bei mir steht nur noch eine Ruine. Ja, eben. Da ist ja gar nichts mehr übrig. Ja, ich weiß. Das ist ganz schön traurig. Also an der Stelle ein wenig Mitleid für Mario und sein Haus. Ja, da ist nichts mehr. Da ist wirklich nicht mehr so viel übrig. Traurig, aber wahr. So, das ist die Küche und hier kommt das Carpentry-Zeug rein. Es muss ja erst mal nicht schön sein, es muss erst mal einfach nur irgendwo stehen. Ja, eben. So. Aber ich finde trotzdem, muss ich ganz ehrlich sagen, die Herausforderung finde ich schon echt cool. Mhm, auf jeden Fall. Äh. Los, in die Ecke mit dir. Oh, falsch rumgebaut. Das ist es wieder. Das kriege ich wie ein bisschen. So, und du schüttest jetzt alles Mögliche zu schon. Naja, ich sorge zumindest erst mal vor deinem Haus für Ordnung. Das ist schön. Dass wir da vernünftig einen Weg haben und nicht jedes Mal um den Krater drum herumlaufen müssen. Das ist halt nicht so geil. Aber wie gesagt, das lässt sich halt einfach nicht vermeiden. Ah, okay. Hier fehlen jetzt gerade so ein paar Wandstücke, deswegen ist das hier kein Raum. Dann stelle ich den woanders hin. Ja, dann, oder du schlägst halt irgendwas. raus kurz. Naja, nee, ich, ich, oh Gott, hier die Seite ist natürlich weg. Äh, ich geh mal kurz eine Etage höher. Ach so, hier fehlt ja auch noch viel. Nee, ich geh wieder runter und baue ein bisschen um. Okay, das muss hier rein. Ja, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt am Anfang natürlich improvisieren, wie soll es auch anders sein, ne? Ja. Das ist halt einfach nicht anders möglich. Aber wie gesagt, ist auch nicht weiter dramatisch. Nö, das ist okay. Also ich find's, ich find's cool. Das ist total cool. Ich mein, dann hab ich jetzt halt kein Zehnraumhaus. Na, ist mal ein paar weniger. Das bricht ja hier zum Glück nicht zusammen. Ähm, ich muss sagen, ich, ich mag, ich mag sowas. Mag das auch in anderen Spielen, wenn irgendwie, äh, wirklich Katastrophen stattgefunden haben und man alles wieder auffallen muss, das, das mag ich auch in anderen Spielen extrem gerne. Das ist halt einfach mal eine andere Herausforderung. Das muss man ja so sagen. Ja, alles so wieder reparieren und ganz machen und so und krempeln. Das ist ja so, wie es sein soll, ne? Genau. So. Äh, wenn wir mal ein Ziegel hier ransetzen. Oh, falsch. Ja, wenn ihr selbst hier schon so einen Meteoriteneinschlag in Eko erlebt habt, äh, dann könnt ihr uns ja mal schreiben, was bei euch alles so kaputt gegangen ist und wo der bei euch getroffen hat. Hat der ja komplett eure Base zerstört oder habt ihr auch mehr oder weniger Glück gehabt und konntet dem Schlimmsten entkommen? Wobei, ich muss ja sagen, es ist schon heftig, wie dann auch dieser Meteoritschauer am Ende noch alles zerlegt hat. Also, auch wenn der große Einschlag zwar im Wasser gelandet ist, die kleinen Meteoriten, die haben hier noch alles weggerissen, ja. Das ist schon wirklich heftig. Ich muss sagen, die kleinen fand ich tatsächlich schlimmer als die großen. Ja, finde ich auch. Die haben richtig alles zerstört. Weil der große, der ist halt irgendwie vorbeigesegelt. Man hat es ja gesehen, der ist so einmal durch die Siedlung gerauscht und hinten in den See geknallt. Das war schon auf jeden Fall hardcore, aber da standen die Gebäude ja auf jeden Fall auch noch, ne? Das war so nicht das Problem. Aber dann kam der, ja, Meteoriten-Schauer. Ja, und damit ging es dann richtig ab. Und da hat es auch unsere Lagerhäuser zerlegt, unsere Fabrikhallen sind kaputt gegangen. Mein Haus ist irgendwie nur noch eine Ruine. Irgendwie, naja. Alles kaputt? Kaputt? Oh, ich habe ja erstmal die Straße nach oben wieder repariert. Ja, super. Das ist gut. Das zählt jetzt, glaube ich, noch nicht. Aber dann müssen wir auf jeden Fall, ne? Wir brauchen dann auf jeden Fall irgendwie beim nächsten Meteoriten-Einschlag oder sowas, wenn wir uns vorher die Taschen vollstopfen. Die Taschen vollstopfen? Naja, alles, was du im Rucksack hast, ist ja ganz geblieben. Ja, stimmt. Richtig. Das müssen wir dann machen. Wir wussten es halt einfach nicht. Aber woher auch? Wir haben es ja noch nicht miterlebt. Ja. Und ihr habt das ja auch nicht gewusst. Oder zumindest nicht geschrieben. Und das war ja auch in Ordnung so. Wir wollten ja keine Spoiler. Das ist ja immer das Ärgerlichste, wenn auf einmal total gespoilert wird. Von daher ist das schon vollkommen in Ordnung. Dafür habe ich gerade wieder die total unterhaltsame Musik. Dann heißt es also jetzt quasi erst mal, ja, sagen wir mal, Resteverwertung. Ja, 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 ja. Der Fabrik hier und, naja, mal gucken. Also reißen wir die dann komplett ab und nehmen die Rohstoffe davon oder was? Naja, ich würde es vielleicht nicht komplett abreißen, aber zumindest, naja, sagen wir mal, so grob ein bisschen was wegmachen. Mhm, okay. Boah, ist ja auch alles voller Dreck hier drin. Ja, das ist echt. Was habe ich denn hier gebaut? Das sah jetzt eigentlich auch gar nicht schlecht aus. Ja, das ist so die Ruine von unserer Fabrikhalle. Da, wo alle Geräte drin standen, die wichtigsten sozusagen, ja, die ist nischt mehr. Nee, niente, alles weg. Einfach alles kaputt. Ich brauche auf jeden Fall noch Steinen. Und ich will das jetzt auch nicht alles aus dem Haus von der einen Stelle zur anderen bauen, sondern dann reiße ich echt woanders ein bisschen was weg, wo vielleicht wirklich nichts mehr zu retten ist. Ja. Aber hier stehen ja auch noch so ein paar Teile. Einfach mal mitnehmen, was hier so im Weg steht. Das kann man ja wieder gut verwenden. Ja, das wird, glaube ich, auch nicht das Problem, wenn wir erst mal zumindest die Straße dann repariert haben, die dann auch in die Mine führen. Da können wir dann auf jeden Fall auch gucken, dass wir dann wieder Steine rankriegen. Aber jetzt ist halt erst mal das Problem, wir müssen erst mal grob dafür sorgen, dass die Straße wieder halbwegs funktioniert. Weil das ist so aktuell ein bisschen das Problem. Yep, yep. Die ist nämlich kaputt. So, mal gucken, ob das jetzt als Raum zählt. Ich habe eigentlich die Wand da repariert. Das ist eigentlich alles zu. Eine Tür braucht er ja nicht zwangsläufig, oder? Nee. Okay, dann schauen wir mal, ob das jetzt hier reicht. Wo ist denn der... Ach, da ist er. Jawohl, das zählt als Raum. Dann kann ich hier auch wieder Boards herstellen. Schmeiße ich gleich mal an. Und dann gibt es auch den Butchery Table und alles. Also, das geht wirklich recht fix, würde ich denken. Dass wir da ein bisschen was aufholen. Aber das halt auch gerade so, also im Prinzip der Start, es ist ja im Prinzip ein Neustart bei Spielen. Die finde ich halt immer, Neustart finde ich halt immer ziemlich geil. Oh ja, ich auch. Ist ja zum Beispiel bei Seven Days, ist ja auch so. Am Anfang hast du halt nichts. Und ich finde halt gerade am Anfang, das finde ich extrem geil. Mhm. So, und an der Stelle gleich mal eine Frage an euch. Denn, jetzt ist es ja so, der Meteorit ist ja nun mal eingeschlagen. Und das Spiel sieht ja eigentlich nicht automatisch vor, dass noch ein weiterer Meteorit hier einschlägt. Aber, noch sind wir der Meinung, dass wir hier alles irgendwie reparieren können. Und wieder ein ganz gemütliches Leben führen können. Wir haben ja gesagt, wir möchten auch gerne mal einen Meteoriten abwehren. Werd ihr denn dafür, dass wir hier einfach einen neuen Meteoriten spawnen, der dann halt, ich sag mal, vielleicht in 10 Tagen, in 15 Tagen, ich weiß noch nicht wie viele, quasi hier auf uns zukommt. Und bis dahin müssen wir dann die Laser wieder gebaut haben und alles und wollen ja hier auch einiges wieder hübsch gemacht haben. Also, fändet ihr das cool, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, wir spawnen einen neuen Meteoriten, um halt diese Abwehrgeschichte zu zeigen? Oder würdet ihr das mit dem alten Spielstand sehen wollen? Weil, wie gesagt, wir sehen ja jetzt schon, es scheint eigentlich so, als ob wir hier irgendwas hinbekommen. Und von daher wäre es eigentlich ganz cool, wenn ihr uns das mal sagen würdet, was ihr da besser finden würdet. Einfach mal Bescheid geben, ob es da von euch, ja, eine Tendenz gibt. Das wäre wirklich ganz interessant zu wissen. Wie gesagt, den alten Spielstand, wir haben ihn noch, der ist gesichert. Aber vielleicht kann man das ja einfach hier mit dem Original jetzt weitermachen, und einfach einen neuen Meteoriten hier beschwören. Und ja, einfach nicht mit 30 Tagen, weil 30 Tage wären jetzt wirklich schon zu lange, sondern dann eher wirklich so mit 10 oder 15. Fünf Tage wären vielleicht ein bisschen zu kurz. So schnell kriegen wir ja auch wieder nicht alles hin. Und ja, aber vielleicht 10, 15. Schreibt doch einfach mal, was ihr da ganz gut finden würdet. Mhm. 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 So, ich habe schon 16 Boards hergestellt. Na, das geht doch ab. Na, ich brauche unbedingt gleich was zu essen. Oh, ja, okay. Ähm, Moment, dann muss ich mal kurz was ins Lagerfeuer werfen. Also ich könnte jetzt ein paar, ähm, Dingens hier, ein paar Bulettchen essen oder sowas. Ja, dann isst die doch erst mal. Ist halt leider nicht ausgewogen aktuell. Kann ich aber noch nicht so. Ja, gut, ausgewogene Ernährung wird jetzt erst mal, glaube ich, unser kleinstes Problem sein, denn wir haben so ein bisschen andere Sorgen, würde ich sagen, ne? Na ja, hier so die restlichen Rohstoffe, die wir mal retten konnten. Immerhin noch eine Eisenachst oder sowas. Ist halt die Frage, warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich schon irgendwie was anderes herstellen kann. Na, ich habe jetzt erst mal ein paar Bulettchen reingepfiffen. Okay. Kann das gut sein. Kann ich ja hier gleich mal. Einen Stuhl brauchen wir jetzt nicht. Ja, ist natürlich etwas ungünstig, dass es jetzt schon wieder dunkel wird. Das Problem ist, wir haben halt wirklich keine Stromversorgung, wir haben keine Windräder, nix. Also Lampen haben wir. Sobald wir irgendwie einen Generator bauen können, geht's auch los mit Strom. Aber das Dumme an der ganzen Seite ist, wie gesagt, wir haben halt keine Möglichkeit jetzt überhaupt erst mal, also wir müssen erst mal die Werkbank und so ein Krempel bauen, damit wir an den Generator rankommen. Genau. Also ich gucke gleich mal, was wir noch alles herstellen können am normalen, an der Workbench hier. Aber erst mal bringe ich hier das Holz weg. Ach, ist das schön dunkel. Was brauchen wir denn eigentlich für diese Braciers? Die haben doch auch irgendwie... Äh, ich glaube, den Masonry Table. Okay. Also ich kann's halt hier gerade nicht bauen, aber es geht auch alles nur an der Workbench, ne? Ähm, ja, ja, musst du mal gucken, weiß ich nicht. Hm, okay. Meine Battery Table, den stelle ich jetzt einmal her. Das geht... Ja, ich baue gerade mal hier oben die Straße auseinander, die ich gestern mühevoll im Stream gebaut habe. Mhm. Was war denn nochmal der Rainride Table? Na, da kann man so Betten und so ein Krempel herstellen. Oder... Ach, nee, Quatsch, der ist nicht für Betten, Entschuldigung. Der ist hier für Straßenteil. Ah, ja, Straßen. Okay, hab ich gerade angeschmissen zumindest schon mal. Dann haben wir da schon mal was. Hast du schon irgendwo einen neuen Stockpiling gebaut? Äh, ich hab noch welche in der Tasche. Ich wollte erst mal kurz hier den Bereich etwas zumachen, damit wir dann hier auch die Dings inborn können. Jo. So dunkel hier. Ja, leider. Ich geh mal kurz wegen diesen Braciers gucken, ob das hier an der Workbench geht. Ui, 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 ui. Ja, da ist ein bisschen was passiert jetzt und wir haben jetzt hier eine ganze Menge zu tun. Aber ist schön. Warum? Ne? War wieder so ein bisschen back to the roots hier. Ich meine, ist ja schon ein bisschen mehr. Wir sind ja schon gefühlt ausgeskillt. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das hier schon ganz cool. Ah, hier ist der Masonry Table. Ja, da gibt's die ganzen guten Sachen. Das kann ich jetzt alles auch selber bauen. Das find ich richtig gut. Mhm. Darauf hab ich gewartet, dass ich das hier auch selber machen kann. Das war die Idee dahinter. Research Table brauchen wir erst mal nicht mehr. Äh, nee. Ich glaub, Research brauchen wir gar nicht mehr. Nee, wir haben ja alles schon researched. Also sei der natürlich jetzt irgendwie Clemens, obwohl er, ich weiß gar nicht, ob Clemens alles gelernt hat jetzt gestern. Ja, also alles, was im Keller lag, hat er gelernt. Aber gut, wäre es so, dass noch was fehlt, dann würden wir ihn halt bauen. Das wäre ja auch nicht das Problem. Ja. Wo ist er denn jetzt hier? Bin ich jetzt blind? Äh, da, 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 da. Da ist er. Okay, acht Steine. Die guten Steine. Ah, viel zu wenig hier oben. Das reicht nicht. Wo oben? Äh, na hier an der Workbench. Ich brauch noch drei Steine. Da muss ich halt mal wieder in die Mine. Aber das macht gar nichts. Ach man, ich will immer in den Krater springen. Das ist echt so. Ich bin halt immer den kurzen Weg gegangen. Ja. Und wenn ich den jetzt gehen will, dann lande ich halt total, im Nirvana. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin ja gerade schon dabei, hier die Straße halbwegs zu reparieren, dass wir zumindest schon mal einen Anfang haben, was die Mine angeht. Und vor allem auch den Weg zum Haus. Dass wir nicht jedes Mal springen müssen, weil das kostet halt auch Kalorien. Das ist halt auch nicht so produktiv, sag ich mal. Nee, aktuell ist es ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, es geht voran, Freunde, es geht voran. Und ich bin auch guter Dinge. Und das war das hier auch vernünftig hinkriegen. Ja, klar. Und ich meine, man kann ja jetzt auch ein paar Sachen anders machen. Ein bisschen was anders bauen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, hier jetzt noch ein bisschen was zu verändern. Und wenn ihr da irgendwie auch noch Wünsche und Ideen habt, dann immer her damit, ne? Auch wenn ihr wirklich so ein paar Ideen habt, wie man so einen Krater vielleicht auch schön in die Landschaft integrieren kann. Oder was man daraus machen kann. Schreibt uns das ruhig mal. Ja, vielleicht ist ja da wirklich was bei. Ich bin dafür, dass wir irgendwo so ein, weiß nicht, so ein, ja, ein Denkmal oder irgendwas errichten für den Meteoritenentschlag. Können wir gerne machen. Vielleicht direkt am See, da wo das Ding runtergekommen ist, der Haupt-Asteroid. Ja, klar. Warum nicht, ne? Könnte man doch eigentlich theoretisch mal einen Angriff nehmen. Klingt auf jeden Fall sehr gut. So, was mache ich hier? Habe ich jetzt, hä? Nee, alles gut. Ich bin manchmal verwirrt. Aber das kennen wir ja schon. Das kennen wir schon. Mal kurz gucken, dass ich die Steine hier wieder hinlege. Ohne, dass die rumfliegen. Das Blöde ist, der Bagger nutzt uns aktuell gar nichts, weil er gar keinen Benzin hat. Stimmt. Ja, boah. Hätte man mal ein bisschen Benzin in der Hand haben sollen. Naja, dann ist er jetzt erstmal Deko. Ja gut, aber ich sag mal so, du hättest ja maximal 10 Fässer tragen können, das wäre jetzt auch nicht so viel gewesen. Also, da müsste man schon deutlich mehr mitnehmen. Aber, wie gesagt, es sind ja auch noch ganz viele andere Sachen weg, aber das ist auch nicht dramatisch, finde ich. Nö. Ich überlege gerade, am Masonry Table hat man da auch die Mill gebaut? Ja. Äh, ja. Cool. Boah, das ist echt super, dass ich den jetzt gleich bei uns da hinstellen kann, in die neue Hütte. Weil dann geht das hier, glaube ich, auch echt flott voran. Mhm. Das Anstrengendste wird echt, sich so auszudenken, wie es hier wieder schön aussehen kann. Und, äh, trotzdem so, dass man sieht, was passiert ist. Oh ja. Na, also ich meine, das muss ja für die Nachwelt hier schon alle sichtbar sein. Ey, gut, ich sag mal so, also die Krater, die wirst du ja sowieso nicht alle wegkriegen, ne? Nee, sowieso nicht. Das ist ja ein Riesenunterfang, das alles wieder hübsch zu machen, aber alleine überhaupt schon die Gebäude wieder zu reparieren. Einfach, weiß nicht, die ganze Schutt beseitigen, die ganze Erde raus, die ganzen Steine rauskloppen da, die alle kaputt sind und sonstiges. Oh ja. Das ist ja alles so ein Megamonsterunterfang. Ist das jetzt falsch rum hier? Ja. Aber wir können es ja so sehen, ne, als Frühjahrsputz, Freunde, als Frühjahrsputz, nur einmal den Dreck rauskehren, einmal vor die Tür, die nicht mehr existiert. Türen werden ja voll überbewertet, ne? Ja, irgendwie schon. Wer braucht schon Türen, Freunde? Wer braucht schon Türen? Oh Gott. Ach, das ist jetzt echt dieses von A nach B schleppen, ne? Hoi, hoi, hoi. Ah, da müssen wir durch. Da müssen wir einfach durch. Ja, wollte gerade sagen, das ist ja nicht ungewöhnlich. Also nur, dass du es weißt, der Raum links im Haus, das ist dann so quasi der Werkraum erst mal. Ja, hab ich gesehen. Ich war da gerade schon mal kurz drin. Ich hoffe nur, der ist groß genug, um jetzt hier die Sachen wirklich abzukönnen, sodass sie auch funktionieren. Aber es sieht gut aus. Eine Repair-Bank haben wir hier auch schon drin. Also eine Repair-Table. Mhm. Jetzt fehlt halt echt so ein bisschen Licht. Wo ist denn hier? Da ist der Brazier. Mach doch, kannst du nicht irgendwas im Dings schon durchköcheln? Hier im... Im Lagerfeuer? Ja. Hm, ich hab gerade nur Weizen in der Tasche. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Nur aus Weizen kann ich eigentlich nichts machen, weil ich kann es ja anmachen. Ich kann ja ein bisschen was reinwerfen. Ja, das Problem ist, du brauchst aber auch dann tatsächlich ein aktives Rezept. Stimmt, stimmt. Aber wenn ich einfach irgendwas drücke, mal gucken, Order, dann auch wenn irgendwas fehlt, dann leuchtet es jetzt erst mal. Hey, wir haben Feuer gemacht. Ja, voll. Guck mal, der sieht ja schon ganz brauchbar aus hier an der Stelle, ne? Ja, es ist halt leider nur echt dunkel, ne? Ja, kriegst du gleich noch eine Treppe. Ja, das ist gut. Die Treppe ist sehr schön und jetzt muss man da nicht mehr rüberspringen. Ich brauche noch zwei Steine und dann kann ich so ein Brazier bauen. Einfach nur zwei Steinchen. Uiuiui. Und wieder zurück. Was hast du denn hier gebaut? Ich habe das einfach nur mal irgendwie gekittelt. Ja. Ja, ich habe nicht geguckt, was ich da ausgewählt habe. Ja, Burks. Du kannst es korrigieren. Mach ich. Natürlich, machst du. Du hast nämlich Pfeiler gebaut anstatt Foundation. Ja, ich weiß. Ich habe gesehen, dass ich da irgendwas anderes ausgewählt habe. Aber ich habe das jetzt nicht so dramatisch empfunden. Das ist hochdramatisch. Hallo? Das ist gar nicht dramatisch. Hallo? 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 Ja, korrigiert. Meinst du, es existiert überhaupt noch Leben unter Wasser? Äh, ja. Ja? Hoffe ich. Ich hoffe auch. Das ist eine gute Frage. Ich kann ja, weiß ich nicht. Wir können das ja beim nächsten Mal mal checken oder so. Wäre auf jeden Fall interessant. Ob da überhaupt noch irgendwas übrig ist? Also ich hoffe schon. Mhm. Also wobei, wenn man einloggt, steht ja mal so da, was an Rohstoffen denn überhaupt noch existiert. Da können wir ja auch quasi die Lage checken. Und da steht ja Kelp, also dieses komische, diesen Seetang oder was das sein soll. Mhm. Äh, immerhin plus 2000 irgendwas. Oh, na gut, dann ist ja wirklich noch ein bisschen was da. Also das sind jetzt glaube ich eine 8000 oder so da. Also direkte mehr drin, dann müsste ja nichts passiert sein. Okay. Ah, erst mal noch ein bisschen Holz holen. Das gute Holz. Aber solange die Musik so idyllisch ist, ist ja eigentlich alles wie immer. Mhm. So, dann hau ich gleich mal hier und Stockpile hin. Ja, bitte. Das wäre richtig gut. Ich lagere das Zeug jetzt gerade, ja, einfach mal so irgendwo. Da liegt zwar erstmal im Weg das Ding, aber ich, wenn ich jetzt rüben den Rest noch zugeschüttet habe, dann, äh, passt das auch ein bisschen besser. Guck mal hier. Zack, rauf. Ja, sehr schön. Das ist doch super. Hui, Mensch, Tagesanbruch, Licht. Aber echt. Freunde, Licht, es wird hell. Oh, jetzt müssen wir uns das Elend nochmal bei Licht angucken. Jetzt sehe ich meine, meine Hausruine da. Oh Gott. Mit diesem riesen Krater, mit diesem riesen Bombenkrater hier daneben. Das ist eine Katastrophe. Mein Haus ist einfach nur eine Ruine. Welches Haus? Sag ich da nur, welches Haus? Mann, das ist mich nicht noch. Nein, ich disse dich nicht. Das ist einfach. Hier, guckt euch das an, da ist nichts mehr. Das ist einfach nur eine Ruine. Da steht nichts mehr. Alles kaputt. Und gibt ein Bärchenpflaster. Ja, Kann ich gleich abreißen, hier das Ding. Also, ich meine, das können wir wirklich neu verarbeiten. Du musst ja nicht alles weghauen, oder? Das ist alles kaputt. Ja, aber du musst doch nicht alles entfernen. Wir brauchen halt die Rohstoffe. Von daher kann ich es auch wiederverwerten. Wann ziehst du jetzt wirklich bei mir ein? Brauche ich einfach ein neues Haus. Nein, wir wohnen einfach zusammen. Gott. Ja, nicht, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du wirst es überleben. Oh cool, der erste Brazier ist fertig. Dann klemme ich den gleich mal draußen hin. Ich habe Krater hier, unglaublich. So, wunderschön. Warum kann ich den nicht setzen jetzt? So, da kommt ja jetzt ein bisschen Kohle rein. Oder, nee, Kohle haben wir ja gerade hier nicht. Müsste ich woanders holen. Na, Kohle wäre ja nichts Problem. Haben wir ja die ganze Mine voll. Ja, ich bin jetzt gerade zu faul. Ich packe da jetzt ein bisschen Holz rein. Das geht schon. Ist jetzt da Holz drin? Moment. Irgendwo habe ich was hingepackt? Na? Guck mal. Tada! Jetzt hätten wir sogar ein bisschen Licht hier bei mir am Haus. Das ist doch schön. Jetzt wo es hell ist. Naja, es war ja nur mal kurz, so zum Gucken. Und ich sehe auch, ich muss was essen. Naja, da kümmere ich mich auf jeden Fall gleich drum. Ich würde sagen, wir sind jetzt erst mal durch für heute. Jetzt rennen wir mal nicht ständig um mich rum. Was? Jetzt rennen wir mal nicht ständig um mich rum. Ich renne nicht rum. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen was zu erledigen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bitte vergesst nicht, uns zu schreiben, was ihr davon haltet, wenn wir hier sagen, in 10 oder 15 Tagen kommt der nächste Meteorit runter, der normalerweise nicht vorgesehen ist. Aber wir wollen ja auch noch mal zeigen, wie das mit dem Abwehren funktioniert. Zudem haben wir dann halt auch das Ziel, dass wir in 10 oder spätestens 15 Tagen dann auch die Laser wieder zu stehen haben und hier alles wieder schön aufgebaut haben. Also schreibt uns mal, ob das für euch auch so passt oder ob ihr das Ganze eigentlich lieber mit dem Spielstand vor dem Einschlag sehen wollt. Wir persönlich tendieren ja eher zu dem aktuellen Spielstand hier. Ja, ich finde, das ist eine geile Herausforderung, das wieder zu reparieren, aufzubauen, die Welt wieder hübsch zu machen und auch dafür zu sorgen, dass es wieder bergauf geht hier in der Welt. Genau. Also, hinterlass uns mal einen Kommentar dazu und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.